Wo ist denn hier unser Höhleneingang? Ach da. Hä? Warum ist das bei mir so hell? Wir waren ja eh noch von dem Palast raus. Optionen. Warum ist das bei mir so hell gewesen, Alter? Grafikeinstellungen. Und es waren überhaupt keine Zombies da, oder? Das ist ja mega seltsam. Okay, ich mach mal kurz... Haben wir schon mal... Cut. Ich muss mal kurz gucken, wie das in den Server-Einstellungen ist, warum wir so schnell taggen. Obwohl, das mach ich nachher. Ist doch Wayne. Wir wollen auf dem Bett brauchen wir Wolle. Ja, da hinten sind Schafe. Dafür müssen wir eine Schere haben. Dafür brauchen wir erstmal Metall. Das heißt... Warte, hast du noch Holz? Ah, hier in der Truhe ist noch Holz, ne? Nee. Dann mach ich nämlich jetzt schon mal ein bisschen gebratenes Schweinefleisch, oder wie das heißt. Ich hab mal 56 Holzbretter. Also wenn du Hunger hast, ich mach hier jetzt gerade gebratenes Schweinefleisch, ne? Kannst du schön zugreifen. Lecker aus Essen. Ich mach mal ne Tür jetzt. Ja. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwo Holz finde. Dummdi-dum. Gucken, ob ich hier noch dran. Ich bin ja clever. Ich bin ein Handwerker. So, ne Tür haben wir jetzt auch. Wir brauchen zwei. Ja, hab ich doch. Hast du zwei gemacht? Hm. Machst du eine links und rechts einfach an die Wand dran. Ja, ja, hab ich. Na cool. Senster kann man hier auch bauen übrigens, ne? Weißt du? Ja, mit Sand. So, kann ich hier oben rein? Ja, cool. Muss ich nur aufpassen, dass der Baum sich nicht auflöst, während ich hier rumlaufe. Da hinten sind Schafe. Ja, wie gesagt, wir brauchen zuerst ne Schere, um die Wolle von denen zu bekommen. Ja, aber dann hol ich mich schon mal die Wolle. Ne, geht ja nicht. Du brauchst ne Schere. Wenn du die schlägst, dann tötest du die. Ich hab auch schon mal ne... Hier sind schon mal Eier. Ja, kannst du mitnehmen, können wir kochen. Und Hühnchenfleisch. Hühnchenfleisch hab ich auch gefunden. Na geil. Nochmal. Die Hühnchen mal gekillt. Chicken Nuggets. Hab ich jetzt gerade echt Bock drauf. Scheiße. Die Hühnchen kann man auch voll krass... Voll krass was? Die Hühnchen kann man auch richtig krass... Sag mal schnell... Farmen, ne? Also hier... Hier... Züchten, so. Ja, ich weiß. Du musst ihn nur in die Hege packen und dann kriegst du dann voll viele Eier und dann voll viele neue Küken. Und so weiter und so fort. Wo war denn jetzt der Eingang schon wieder von unserer Höhle? Ich hab mich verlaufen. Hier vorne, ne? Ja genau. Okay, ich hab ein bisschen Holz mitgebracht. Achso, damit ihr's mal sehen könnt. Ich bin ein krasser US Marine. Ich bin hier am Arsch der Welt gestrandet und muss jetzt mit so einem Vollpfosten jetzt zusammen überleben. Ich bin ein Space Marine. Ich möchte ja ein Space Marine. Vielleicht pflanze ich mal ein paar Bäume an, ne? Ach, dat. Guter. Hier, ich hab aber jetzt einmal Wolle aber gekriegt. Ja, von dem... Ah, dann stirbt das aber, das Schaf, ne? Ja, das ist gestorben. Ja, weil mit der Schere kannst du's halt abernten, ohne dass sie sterben. Dann bleiben die halt da. Ja, ich will ja zwei Betten haben jetzt. Na gut. Ich bin egal, ob die sterben. Da sind so viele Schafe, Peter. Wie hast du nochmal Stocker gemacht? Einfach, äh, Bretter, zwei Stück übereinander. Bretter? Na gut. Eigentlich kann ich hier direkt noch ne Werkbank hinsetzen, oder? Was meinst du? Eigentlich schon, ja. Aber eigentlich ist es egal, wir brauchen sowieso nur eine. Nö, dann können wir wenigstens gleichzeitig bauen. Weißt du? Okay. Dann passt das viel besser zu unserer Küche. So, was wollte ich machen? Zweimal Wolle? Wie viel Wolle? Ah, ich brauch aber dreimal Wolle für ein Bett. Mein Video wurde fertig bearbeitet. Dann muss ich kurz nen Cut machen und ich muss ja hier gleichzeitig schneiden, damit ich genug Platz auf der Festplatte habe zum weiterzocken. Bin dann ein schwer beschäftigter Mensch. Bis in zwei Minuten. So, dann bin ich wieder. Ist halt stressig hier mit Daisy und Minecraft, alles auf einmal. Ach, mein Leben ist so schwer. Deswegen muss ich erstmal ein bisschen Frust ablassen und noch ein paar Schweine killen. Hilft ja alles nix. Stirb. Stirb. Tut mir schon irgendwie leid, ne? Aber ich muss ja überleben. Ich hab auf jeden Fall jetzt rote Wolle. So, wenn ich jetzt... Die Betten sind sowieso immer rot, soweit ich das weiß. Also ein Bett hab ich schon mal. Ach, schön. Jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen Platz, ne? Würde ich sagen noch... Graben wir uns jetzt hier erstmal tiefer oder gehen wir weiter geradeaus erstmal? Die Hülle ist sowieso wieder gleich wieder fast vorbei. Das ist ja hier so ein Bergbau. Ja, deshalb würde ich sagen, fangen wir hier an. Machen wir hier die Treppe in die Ecke. Ja. Was wird das für eine Treppe? Ich hab mir schon was dabei gedacht. Keine Sorge. Das sah nicht danach aus. Okay. Erstmal umsetzen hier. Das ist ja anstrengend. Mein Gott. Wo hast du denn die Betten hingebaut? Ich hab noch kein Bett. Ich wollte die Betten jetzt hier leicht platzieren. Unten oder was? Nö, ich wollte noch nicht... Ich wollte erstmal warten, bis du so weit bist. Also hier oben passt halt auch nicht so gut noch ein Bett hin, ne? Doch, hier einfach zwei Betten. Ja? Oh, jetzt hab ich... Ich muss noch dreimal Wolle fahren. Na gut. Na gut. Auf den Boden setzen einfach. Du musst ein bisschen zurückgehen, weil die zwei lang sind. Zurück. Zurück. Mach ich schon, aber irgendwie tut sich da nicht. Geht nicht? Gib mir mal das Bett, bitte. Hier geht's jetzt. Jetzt hast du das Bett eingesammelt. Geht doch. Okay. Du musst auf den Block davor drücken, weil das halt zwei lang ist. Ja. Geh ich jetzt mal nochmal dreimal Wolle holen. Na gut, ich guck mal, ob ich noch... Ich probier das jetzt aber mit gelben Blumen mal. Kann doch auch gelbe Blumen machen, oder? Kannst mit allen Blumen machen, warte ich weiß. Hier kann man eine Axt machen. Eine Axt? Na, 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 na. Ich guck doch selber kurz bei Minecraft. Wie heißt das hier? Minecraft Wiki. Ja, 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 ja. Also minecraftwiki.net Und dann gibt's einfach immer oben rechts das ein, was du suchst. Die sind nicht scharf, wenn ich das jetzt nicht weiß. Wie auch, du machst doch sonst mal Editor. Was? Du machst ja sonst auch nur Editor. Godmode. Wiki. So, Minecraft Wiki. Crafting, Minecraft Wiki. Jetzt muss ich mal kurz nach... Was versuche ich überhaupt mit einer Spitzhacke? Ja, wo ist denn die letzte... Warum kann ich denn hier suchen? Suche. Spitzhack. Wollen wir mal gucken, was hier steht. Zweimal, oh. Okay, das heißt... Ich brauch drei... Aha, ich hab keine drei Steine. Dann brauch ich natürlich erstmal wieder Holz. Ich hab mal welche. Hast du, pack dir mal hier in die Truhe rein, bitte. Da sind noch 29 Steine drin. Das ist Kies. Ah, das ist Gravel, ja. Hilft mir nicht besonders weiter. So, das ist das. Ah, okay. Spitzhacke. Okay. Cool. Uns wird wieder dunkel. Ist ja voll gay. Wir haben ja jetzt hier so ein Doppelbett, man. Ist doch alles egal. Lass uns mal schlafen gehen. Ja, kann man machen. Musst du dich neben mich legen, Schnucki. Und jetzt? Einfach aufstehen. Ach so, nee. Nicht einfach aufstehen, warte. Einfach warten, bis es Tag wird. Einfach warten, bis es Tag wird. Das ist das Problem, man. Ja, bevor wir also hier weitermachen, holen wir erstmal Kohle. Ja. Wo bist du hin? Links oder rechts? Rechts lang und ich guck mal, ob ich... Ja, da in Richtung Berg, da wo die Lava rauskommt, da ist bestimmt irgendwas. Na. Oder da hinten. Ah! Wo bin ich denn jetzt hingefallen? Wo bin ich denn vorhin runtergefallen? Alter. Mega erschreckt. Oder erschrocken. Heißt das eigentlich erschreckt oder erschrocken? Erschrocken, wobei ich das weiß. Das hört sich immer so gestochen an. So gestellst. Ich hab nichts zu essen dabei. Ja, hast du Hunger oder was? Nö, ich hab aber jetzt was dabei. Nö, das kannst du aber so roh, glaub ich, nicht essen. Doch, kann man schon. Das bringt mir nicht so viel. Wollen wir nicht erst mal was zu essen holen, bevor wir jetzt gleich schon Hunger haben? Ich hab schon voll viel gebratenes Fleisch. Das ist gleich hinten drin. Guck mal, da oben sind voll die Sachen. Da fängt auch, glaub ich, gleich ein Riss an. Wo? Was? Da oben fängt auch ein Riss an, glaub ich. Oder Höhle. Ja, Höhlenriss. Ist doch dasselbe. Du meinst ne Schlucht? Ein Riss. Ein Riss. Ein Riss ist einfach ein Riss im Boden. Ein Riss hast du, wenn ich die auf den Kopf haue. Geografisch gesehen, ich hab die Erdkunde-LK, mein Freund. Und es gibt Erdrisse. Hier, guck mal, was hier los ist. Erdkunde-LK. Ich bin schon wieder bei unserem Haus. Warum? Weil du was essen haben wolltest. Ich hab ja noch, aber... Ich hab nichts zu essen und zwar, aber... Ja, ich hab jetzt... ...wolltest du jetzt mal erkunden, wo wir jetzt Kohle abbauen gehen können? Ja, aber unten in unserer Höhle, oder nicht? Würdest du da dich einfach runterbauen? Ja. Würde ich machen. Muss vielleicht so weit latschen. Kohle gibt's überall unten und ziemlich häufig. Du kannst auch mit Holzkohle einfach ne Fackel machen, ne? Dann machen wir einfach erstmal mit Holzkohle ne Fackel. Pass auf, zeig ich dir. Und zwar musst du jetzt einfach... ...Holz mit Holz verbrennen. Oh, komm mal hier. Ich hab auf jeden Fall schon mal Eisen gefunden. Dann kriegt man nämlich Holzkohle. Und mit der Holzkohle kannst du auch Fackeln anmachen. Aber wir brauchen mehr Holz. Ich muss noch mehr Holz holen. Ah, da ist schon ein Baum gewachsen. Cool. Cool, cool, cool. Das war, was ich erreichen wollte. Ich hab zweimal Eisen gefunden. Das war nicht viel, aber... Oh, zwei Kürbisse. Wie cool ist das denn? Ja, nimm die mit, den können wir anpflanzen. Ja. Obwohl ich nicht so auf Kürbis stehe. Ne, aber unsere Figuren. Na gut, ich komm mal wieder zurück. Guck mal, in der einen... In dem einen Ofen ist schon Holzkohle drin. Das ist halt immer so eine Notreserve. Wenn man noch keine Kohle gefunden hat, kannst du halt mit Holz und Holz Holzkohle machen. Oh, ein Apfel. Yay. Ich pflanze direkt mal ein paar mehr Bäume an. Dann haben wir nachher richtig was zu looten hier. Ich hab auch noch Bäume. Du hast einen Ast ab. Oh, nein. Die Sonne steht hoch am Zenit. Wir haben schon wieder Mittag, Alter. Die Zeit geht hier richtig schnell vorbei. Ja, das ist schneller als bei... Weiß ich nicht. Das ist echt seltsam. Also da ist schon Holzkohle jetzt immerhin. Die nehm ich mal raus. Ja. Dann machst du mit den Holzstäben. Ich hab ja auch noch Holz drin, 10 Stück. Ich hab nur noch zwei Holzstäbe, ne? Ich hab hier noch 10 Holz reingepackt. Aber ich hab schon mal... Ich hab schon mal... Acht Fackeln jetzt. Na gut. Dann kannst du jetzt einfach hier an den Wänden hängen. Hängen hier auf jeden Fall auch mal zwei auf, damit wir nachts... Und einer vor den Eingang, damit wir nachts... wissen, wo wir... hin müssen, du weißt. Das ist ja... Vielen Dank.